Ich gebe jetzt mal eine kleine Überraschung für euch, ein großer Künstler, Karl Dall. Tja, Karl, 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 sag mal, hast du eigentlich auch so wie ich diese Probleme mit den Groupies? Ja, gestern hat noch drei Stunden eine, drei Stunden lang hat eine gegen mein Hotelzimmer gebummert. Tatsächlich? Aber ich habe sie nicht rausgelassen.